voller freude lade ich dich heute abend zu einer heilsamen meditation ein und ich lade all die menschen ein welche bisher noch nicht so viel erfahrung mit heilenden energien haben und ich lade auch die menschen ein welche schon sehr viel erfahrung haben mit heilenden energien es ist also völlig egal wo du gerade jetzt in deinem leben stehst und wie viel erfahrung du hast die geistige welt wird die energien die durch mich fließen so auf dich abstimmen dass du auf jeden fall einen schritt weiter kommen wirst und so bitte ich dich jetzt das licht der liebe einzuatmen stelle dir einfach vor wie ganz viel licht um dich herum fließt und du dieses licht jetzt einatmen und wie dieses licht in dein herz hinein fließt und dich dabei ganz weit ausdehnt stelle dir vor wie dein herz immer größer wird bei jedem atemzug und das licht von innen aus dir heraus leuchtet so intensiv leuchtet dass du zu einer goldenen sonne erstrahlst dass du in der mitte dieser goldenen sonne stehst und in diesem moment wo du das gefühl hast dass diese goldene sonne um dich herum und aus dir herum strahlt befindest du dich bereits in deinem vereinten chakra in einer höheren ebene der liebe und auf dieser ebene der liebe wird dir engel raphael begegnen es ist engel raphael welcher vor dir steht welcher dir jetzt in deine seele schaut welcher dich anblickt voller liebe und wertschätzung und dich begrüßt O Martha Satt mein liebes kind ich bin engel raphael ich bin der engel der heilung und voller freude spreche ich heute zu dir denn ich weiß wie sehr dir an heilung liegt und ich weiß dass du gerade jetzt heute hier bist weil deine seelen mich treffen wollte denn ich bin dem ruf vieler seelen gefolgt und habe mich heute hier manifestiert in meiner liebe in meiner heilkraft und in meiner strahlkraft und so geliebtes kind bitte ich nun bitte ich dich nun lege deine hände mit der handfläche nach oben auf deine oberschenkel lege beide hände auf deine oberschenkel sodass die handflächen nach oben offen sind engel raphael wird nun für dich wirken und so sende ich den grünen strahl der heilung in beide handflächen hinein empfange diese energie es ist der strahl der heilung aus der wirklichkeit und ich werde mit diesem strahl deine hand chakren öffnen aus denen klären reinigen dies geschieht mit der größten liebe von engel raphael und du spürst dies bereits und so fließt die energie in deine handflächen ein heilung geschieht da wo sie geschehen kann und in erster linie werden deine hand chakren ausgedehnt damit ganz viel heilung durch diese hände fließen kann und ebenfalls werde ich nun die energie bis in jeden finger hinein in jede fingerspitze hinein hineinfließen lassen denn auch jeder finger hat ein finger chakra und auch dies werde ich für dich öffnen lass die energie in fließen so wie sie fließen denn sie fließen in der göttlichen ordnung und sie fließen aus der dimension der heilung zu dir und so beginnen sich die chakren in deinen fingern zu drehen und auch in deinem handballen werden sich die energien des chakras drehen spüre diese energie ich lade dich auf mit der heilenden energie von engel raphael der grünen flamme der heilung denn diese fließt nun zu dir ein spüre die energie sie fließt und sie fließt so wie es für dich am allerbesten ist und nun bringe beide hände zusammen bringe sie zusammen um zu fühlen wenn sich die energien von beiden händen verstärken vielleicht werden sie jetzt ganz heiß denn nun werden die energien von deinen händen über die arme in deine schultern über deinen ganzen körper fließen und nun lege deine hände lege sie wieder auf deine oberschenkel aber jetzt mit der handfläche nach unten so dass die energien auch von dort überall in deinen körper hineinfließen spüre wie die energie durch dich fließt spüre wie die heilung die heilende energie die grüne flamme durch dich fließt spüre wie du um ein kleines stückchen weiter gewachsen bist und wie du um ein kleines oder großes stückchen je nachdem tiefer in die heilung gekommen bist denn ab jetzt ab diesem moment wirst du mit deinen händen energie übertragen können und wenn du wenn du dies tun möchtest dann rufe mich in raphael rufe mich hinzu und dann lege deine hände auf deinen körper an die an die stelle wo es für dich wichtig ist und dann wird sofort heilende energie über deine hände in dich hineinfließen du wirst es spüren engel raphael sagt zu dir probiere es heute abend aus wenn du dich in das bett legst ich werde bei dir sein und jetzt sende ich dir noch einmal einen grünen strahl der heilung ich lasse ihn durch deinen ganzen körper fließen damit du mich auch überall fühlen kannst damit du die heilende energie fühlst wie sie dich trägt wie sie dich liebt und strahlen lässt und so mein allerliebstes menschenkind verabschiede ich mich wieder von dir ich habe voller freude für dich gewirkt und sage die worte des dankes zu dir mit allen anna schau